Herzlichen Dank, Herr Präsident. Wir haben schon viel gehört und Sparmaßnahmen sind erfolgt. Wir haben im letzten Jahr im letzten Haushalt einiges an Geld eingespart. Nur dieses Haus kann sich auch nicht zu Tode sparen. Die Handlungsunfähigkeit des Europäischen Parlaments würde zuallererst die europäischen Bürger treffen. Der Deutsche Bundestag kostet zum Vergleich im Jahr 7,80 Euro. Das Europäische Parlament kostet 3 Euro. Das sind 25 Cent im Monat pro EU-Bürger, weniger als 1 Cent pro Tag. Ich sehe keinen Grund, dass wir Populisten hier nachzugeben hätten und denn grundsätzlich selbst wenn wir es tun würden. Sie sind der Geist, der stets verneint. Selbst wenn wir uns auf null reduzieren würden, würde es heißen, geschenkt ist immer noch zu teuer. Hier geht es aber nicht um politische Farbenlehre, sondern auch um unser Selbstverständnis als verantwortungsbewusste Abgeordnete. Daher erwarte ich mehr Selbstlossein. Ich erwarte, dass wir dies Haus und seine Mitarbeiter vor ungerechtfertigte Kritik in Schutz nehmen. Und ich erwarte, dass wir dieses Parlament nicht kleiner machen, als es ist. Das Europäische Parlament ist kein Mickey-Maus-Parlament. Das sollten wir uns nicht einreden lassen. Das ist ein Thema, sondern wir werden uns nicht einreden lassen. Das ist ein Thema, das wir uns nicht einreden lassen. Es geht einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach.